Es läuft aus wie vorne! Letztes 1 und 1 Turnier ist hier an der MAUSENAU Schützenplatz. Er stellt sich gegenüber. Linke Spielhälfte, weiße Spielzeichen für dieser MAUSEN U19. Rechtsspielhälfte, ganz im Orangen-Stazier von SC ORIAN BRINGSTEPP. Nö, 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 nö! Oh, 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 Vorsicht! Weg! Ich bin mal gespannt, was passiert. Geh mal ein Stück! Da! Wer will denn das? Da greift man ein bisschen an, Jungs. Ja, die greifen wir an. Geht mal ran. Komm, komm, geh da mal hin, Lukas. Nein! Eigentor. Da darf er nicht Leo rufen, wenn er ein Geheizt ist. Das ist ein Foto. Mensch, Luis. Das ist aber auch gesendet. Im Finale der Säulein zuerst der Einwohner als Führer und Vorschütze für die Gärter. Ja! Das Tor habe ich nie gemacht. Das Tor habe ich nie gemacht. Was war das denn? Tor. Und konnte er nicht reagieren? Felix Junius verkauft für Führung der Nächsten auf 1. Zum 2 im Finale. Das war der Geilste. Außer Stand? Ja. Man accents. Komm strah verlauan. Geht noch zurück. Jetzt kommt zurück so, 12 Mal. Komm. Na. Schnell spielen. Gebt mal ein bisschen Gas hier. Das war ja geil. Nein, ganz gut. Alles wieder offen. 1, 2 ... 1, 2 ... 2 ... 2 ... 1 ... Das ist ein Verbindes noter Hartmann. Hast du das gesehen? Die haben schon blauen gemacht. Stark! F***! Hopp! Hopp! Nee, der ist so fertig. Was? Ach so! Ich will nicht, das ist ganz heiß. Zappel, zappel, zappel! F***! 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 Du darfst dir mal halten. Du halten an Hitler-Morten? Na ja. Das Finale, da darfst du immer halten. Ja, komm, was auch? Abgeben! Mensch, Louis! Äh, Louis ist doch schon Lukas! Na! Muss sie nicht sein. Na! Sib! Pff! Ja, der ist so gut. Frage, die schatten? Ja, der ist so gut. Sie schatten? Hecht? Ja, das ist so gut. Ich muss auch schon. ICH GEJRICH Ich muss mich dazu machen. Ja, die ist so gut. Das ist so gut. Ja, das wird so gut. Ja. Was ist so gut? Ja, das ist so gut. Ja, das ist so gut. Zwei wären noch besser. Na, meine Nerven. Halt das nicht aus. Jetzt. Na, dran. Na. Oh, Lukas. Jetzt. Schieß. Na. Oh. 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 Pass auf, der rennt hier zum Wohmann rum. Felix wieder da. Ja, lass mal. Woh, Woh, Woh! Woh, Woh! Woh, Woh! Woh, Woh! Woh, Woh! Woh. Komm her. Woh, Woh! Woh, das war lecker. Viens ist lecker. Du wohnst, ihr vor dem. Komm, Lorin. Woh. Woh. Woh! Woh. 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 Zieh doch mal ab. Komm! Ist das aufregend. Schleicht! Nein! Das ist immer spannender. Jetzt brauchen wir schon mehr. Komm! Heute ist der Ausfeldzeit aus 3 zu 3. Toten zur Minute Nummer 9. Denny Gander. Du musst aber umdrücken. Na! Ja! So schnell geht's, ne? Ja! Weiter geht's! Und! Ich muss noch 3. Ich muss noch 3. Hey, Leute, die Zeit läuft! Zeit läuft! Na, komm! Na! Oh, Mann! Komm! Komm! So schnell geht's, ne? Ja! Noch nie vorbei! Pass auf, jetzt kriegen wir noch eins, oder was das? Aufpassen, Fini! Komm! Selber! Oh, Fini! Komm! Leute! Aufpassen! Aufpassen! Die letzte Minute! Scheiße! Was ist das denn? Komm! Pass! Na! Sieh schon! Andersrum! Schneller, David! Mach! Jetzt komm! Komm! Los! Rein damit! Das gibt's doch gar nicht! Das gibt's doch gar nicht! Jetzt Zeit anhalten! Ein, losling! Zeit! 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 Komm! 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 Ja! Ja! Noch eine neue Meter schießen! Ich glaube, wir haben noch eine neue Meter schießen! Genau! Wuuuh! Topf von der Schüssel in den Ausgangs-Klacher! Topf von der Schüssel in den Ausgangs-Klacher! Topf von der Schüssel in den Ausgangs-Klacher! Und dann ist Ihr Sophia!